und gehe direkt in die Luftdichtung ein. Also warum machen wir das Ganze? Die Luftdichtung klassischerweise von innen, bei der Dachsanierung von außen allerdings dann etwas problematisch, weil wir ja von außen das Dach öffnen und somit für die Luftdichtung erstmal auf der falschen Seite sind. Ja, warum machen wir die Luftdichtung? Wir haben einerseits das Ziel Energie zu sparen, und da ist auch nicht nur die Dämmung, sondern auch die Luftdichtheit wichtig, damit ich quasi die Dämmung beidseitig schütze, von außen winddicht, von innen luftdicht, damit ich keine Strömung in dieser Dämmung habe. Schön sehen kann man das an einem Beispiel, da hat das Fraunhofer-Institut in Stuttgart mal ein Forschungsvorhaben gemacht, das war schon im Jahre 1989, und da hat man mal untersucht, inwieweit dieser Einfluss da überhaupt ist. Man hat ein gedämmtes Bauteil genommen, in dem Fall waren hier 14 cm Mineralfaser drin, und dann hat man hier, diese weiße Fläche ist eine luftdichte Schicht, und dann hat man gemessen, beziehungsweise auch berechnet, das Bauteil hat einen U-Wert von 0,30. Nicht mehr ganz so up-to-date, aber damals war das völlig in Ordnung. Und dann hat man da mal so einen Schlitz reingemacht, einen Millimeter breit, also man simuliert quasi, dass die Dampfbremse nicht so ganz abgedichtet ist, auf den Meter, und jetzt mal so die Schätzfrage an Sie, was meinen Sie, inwieweit das nachgegeben hat, oder sich verschlechtert hat? 30% höre ich hier. Komplett nachgegeben. Das hieße, wir haben gar keine Dämmwirkung mehr. Irgendwo so dazwischen. Das Ganze hat um fast fünffach nachgegeben. Also wir haben nachher auf den Quadratmeter umgerechnet nur noch einen U-Wert von 1,44. Somit Faktor 4,8. Also fast fünffach schlechter als vorher, durch so eine Undichtheit. Ein Millimeter breit, ein Meter lang, also im Grunde genommen, wenn ich die Folie an einer Stelle irgendwo nicht verklebt habe. Das ist Energieverlust. Das tut dem Bauteil erstmal nicht so weh, dem Portemonnaie vielleicht. Schlimmer ist aber, wenn ich dadurch auch noch Feuchtigkeit reinkriege. Wir müssen zusehen, dass das Bauteil trocken bleibt, oder zumindest weitestgehend trocken. Also die Feuchtigkeit, die reingeht, muss auch irgendwie wieder raus, damit das Ganze natürlich auch sicher und dauerhaft ist. Wir kennen da verschiedene Wege, wie Feuchtigkeit in so ein Bauteil reinkommt. Das kennen Sie sicherlich. Diffusion, das heißt, die Feuchtigkeit kommt flächig durch das zuhe Material in eine Konstruktion. Kann man sich vorstellen, das ist nicht so viel und das kann man auch gut berechnen. Sie kennen ja alle so einen U-Wert-Rechner. Sei es jetzt, welche Software ist jetzt egal, ob es jetzt Höttgenrot oder Dämmterm oder was auch immer ist. Oder dieser freie U-Wert-Rechner, U-Wert-Net im Netz. Da haben Sie immer noch so einen Button, wo Sie auf Feuchtesschutz gehen können. Und diese Berechnung basiert auf dem Berechnungsschema, was der Herr Glaser in den 50er Jahren mal aufgestellt hat. Damit berechnet man die Diffusion. Also man hat die Materialkenndaten, Lambda-Wert, Mühwert und die Schichtdicke. Und damit kann man die Diffusion berechnen. Alle anderen Wege berechnet man in diesem Programm allerdings nicht. Da haben wir zum Beispiel die Konvektion. Konvektion ist Feuchtigkeitstransport durch eine direkte Strömung. Das heißt, wenn Sie irgendwo ein Loch drin haben oder einen Riss drin haben in der Luftdichtheitsebene, kann man sich vorstellen, da konzentriert sich dann auch die Feuchtigkeit beziehungsweise die Luftströmung, nimmt die Feuchtigkeit mit aus der Raumluft. Und dort haben wir natürlich auch deutlich mehr, als wenn wir hier über Diffusion sprechen. Nehmen wir mal wieder das Beispiel von eben. Luftdichte Schicht. Wir haben am Tag 0,5 Gramm auf diesen Quadratmeter, was dann Feuchtigkeit durchgeht. Und jetzt wieder die Schätzfrage. Wie viel geht da durch an Feuchtigkeit durch diese Fuge? Wir können nichts verkehrt machen. Ist eine Schätzfrage. Soll ich es aufklären? 800 Gramm. Was haben wir hier in den Fläschchen? Das ist glaube ich 750. Oder was ist hier drin? Ne, 500 sogar nur. Also eine halb ausgetrunkene und eine ganze. Das geht an einem Tag durch diese Fuge durch. Und dann kann man sich lieber vorstellen, was dahinter los ist. Das ist so ein Bauteil, das auf Dauer halt nicht aushalten kann. und das ist der Grund, warum wir Dampfbremsen etc. luftdicht abkleben. Wir haben auch noch andere Wege, wie Feuchtigkeit da reinkommen kann. Neubaufeuchtigkeit zum Beispiel, wenn ich nasse Materialien einbaue. Wobei wir da heute nicht mehr so das Problem haben, dass wir irgendwie nasses Bauholz einbringen. Wir haben KVH. Meistens ist es heute eher ein Wiederaufeuchten auf der Baustelle. Also das Bauteil ist noch offen und dann kommt Putz und Estrich und dann zack, habe ich die ganze schöne vorher getrocknete Holzkonstruktion direkt wieder aufgefeuchtet. Hier ist noch ein interessanter Weg, wie Feuchtigkeit in eine Konstruktion reinkommt. Das möchte ich Ihnen auch sehr ans Herz legen. Schauen Sie sich alle Bauteile an, die in irgendeiner Weise in die Dämmkonstruktion reinkommen. In diesem Fall eine Innenwand. Da habe ich auch gleich noch ein schönes Beispiel für. Bei dem Beispiel war es so, dass wir hier eine sehr dichte Dampfsperre hatten. Angeklebt hier an die Wand. Hier war auch noch eine Putzschicht, die ist hier nicht dargestellt. Und dann kam plötzlich, können Sie sich vorstellen, hier ein SD-Wert auf der Fläche über 100 Meter. sehr dicht, sehr diffusionsdicht. Und jetzt ist plötzlich die Wand deutlich diffusionsoffener als die restliche Fläche. Und somit ist dann hier durch Flankendiffusion, nennen wir das Ganze, in die Konstruktion reingekommen. Und blöderweise war bei dem Bauteil auch noch oben eine diffusionsdichte Schicht drauf. Also da war eine Beplankung drauf, eine Bitumenbahn. Und dann kam erst die Eindeckung. Das kann regional bedingt traditionell sein. Im Harz zum Beispiel, da hat man das sogenannte Harzer Dach. Also da habe ich dann eine Schalung mit einer Bitumenbahn. Und vielfach halt schneereiche Regionen. In Süddeutschland kommt das auch relativ häufig vor. Das kann ich aber auch haben, wenn ich eine relativ flache Dachneigung habe und ein regensicheres oder wasserdichtes Unterdach brauche. Dann kann das natürlich auch sein, dass ich hier oben eine sehr dichte Schicht habe. Es gibt mittlerweile auch diffusionsoffene Bahnen, die verschweißbar sind, die man da einsetzen kann. Aber oftmals werden da leider noch Diffusionsdichte eingesetzt. Somit kam hier die Feuchtigkeit auch nicht mehr raus. Weder hier, dieser Abstand ist meist sowieso nicht so groß, wie er hier dargestellt ist. Das ist rein zeichnerisch so. Da komme ich oftmals nicht mal mit der Hand zwischen. Idealfall wäre, die Wand geht erst gar nicht so hoch. Oder ich gehe hier drüber, wenn das überhaupt machbar ist. Ich muss dann aber auch aufpassen, dass es nicht zu weit in den Kaltbereich kommt. Nicht, dass ich dann schon Kondensat unter der Dampfbremse dann habe. Also hier der Appell, guckt euch diese Konstruktion an. Sobald irgendein Bauteil bis in die Dämmebene reicht, kann das durchaus ein Nachteil sein. Hier noch ein Hinweis, das ist jetzt nicht unbedingt alles Altbau. Im Altbau habe ich vielleicht sogar noch Glück gehabt. Stellen Sie sich hier mal im Neubau einen Hochlochziegel vor. mit dem Dünnbett verklebt. Da brauche ich nur unten ein Loch für eine Steckdose bohren. Dann habe ich sogar den direkten Luftzugang da oben hin. Dann hätte ich sogar Konvektion. Das war das Bauteil. Hier die Schalung. Hier sieht man noch die Bitumenbahn. Alles, was hier schwarz ist, Schimmel. Hier waren aber auch schon ernstere Pilze Zugange. Und das Spannende dabei war, die gesamte Konstruktion war erst fünf Jahre alt. Das ist aufgetaucht, weil da halt ein Dachfenster rein sollte noch. Sonst hätte man das irgendwann mal auf eine etwas ungünstigere Art und Weise erfahren, dass da oben was nicht stimmt. Hier haben wir mal Konvektion, also ein grünes Dach. Dieser Aufbau, den würden wir so auch eh nicht empfehlen. Aber hier sieht man schon oder hier kann man erahnen, da gab es an einer Stelle ein Problem. Und somit wurde dann auch des Öfteren der Dachdecker gerufen und noch eine Bahn drauf, weil man davon ausgegangen ist, dass es irgendwie undicht von oben ist. Aber die Ursache war von unten. So hat es sich ausgewirkt. Also wenn man da die Bitumenbahn weggenommen hat, konnte man die OSB da quasi mit der Hand rauspflücken. Also die Kompostierung hat hervorragend funktioniert. Und das war die Ursache. Wie der Norbert eben schon sagte, der natürliche Feind der Luftdichtung, der Elektriker, hat hier mal so einen Schlitz reingemacht. Also an dieser Skala sieht man, der ist so ungefähr zwölf Zentimeter nur. Kattermesser, zwölf Zentimeter Schlitz reingemacht. Und das hat dazu geführt, dass dieses Gefach komplett abgesoffen ist. Die OSB-Platte hat sich zerlegt, zersetzt. Genau. So, insofern müssen wir zusehen, dass wir das Ganze erstmal so weit dicht behalten, dass die Konstruktion erst gar nicht so viel Feuchtigkeit kriegt. aber wir müssen immer davon ausgehen, dass eine gewisse Feuchtigkeit in die Konstruktion reinkommt. Und da müssen wir die Konstruktion auch so robust bauen, dass diese Feuchtigkeit auch wieder irgendwie rauskommen kann. Es gibt gewisse Weiterentwicklungen normaler Dampfbremsen, also es gibt feuchtvariable Bahnen, da kann ich selbst außendichte Konstruktionen wieder trocken kriegen, indem die Bahn im Winter diffusionsbremsend ist, somit möglichst wenig Feuchtigkeit rein lässt in die Konstruktion. und wenn ich dann im Sommer oder eigentlich schon Frühjahr bis Herbst Energie von oben kriege, wird die Feuchtigkeit nach unten gedrückt, die Bahn kann aufmachen und kann diese Feuchtigkeit wieder rauslassen. Eine ähnliche Systematik sehen wir gleich nochmal bei einer Sanierungsbahn. Bei der Sanierung ist es so, dass wir verschiedene Möglichkeiten haben, auch da sind wir natürlich bestrebt, dass das Ganze soweit sicher ist, dass es dauerhaft ist, das Ganze und somit gibt es verschiedene Möglichkeiten da ranzugehen. Das stelle ich euch jetzt mal vor. Zwei der Varianten sehen wir hier. Wir haben einmal untersucht, also drei verschiedene Möglichkeiten untersucht, die Luftdichtung flächig über die Sparren zu legen. Das heißt, so wie wir es hier sehen, wir dämmen erstmal das Gefach aus und machen die Luftdichtheitsebene flächig darüber, müssen dann natürlich auch irgendwo anschließen. Das wird dann nachher der Part sein, was der Thomas euch vorstellt, wo es da im Detail tatsächlich auch ein bisschen knifflig wird, weil ich durch die Sparrenebene durch muss, um an der Wand anzuschließen. Diese flächige Konstruktion hat natürlich einen gewissen Vorteil, da ist es mir egal, was da drunter ist, also ob da jetzt irgendwelche Wechsel sind oder was auch immer, das wäre mir an dieser Stelle nicht so egal, wenn ich diese sogenannte Supp- und Top-Verlegung mache. Jetzt spielt aber eine Sache noch eine große Rolle, die Überdämmung hier. Und da haben wir zwei gegenübergestellt, einmal mit einer sehr dünnen Überdämmung und hier haben wir mal 50-50 gewählt. Demgegenüber auch noch mal die Supp- und Top-Verlegung betrachtet und das Ganze unter dem Aspekt, unter dem baufysikalischen Aspekt, wie viel Feuchtigkeit kommt da an, wie gefährdet ist das Bauteil im Hinblick auf Schimmelbildung. Der Schimmel wächst bei 80% relativer Luftfeuchtigkeit, wobei er anfangs mal einmal so ein bisschen Anschub braucht, wo es mal ein bisschen höher sein muss anfangs. Temperatur ist dem relativ egal. Also zwischen 0 und 50 Grad Celsius kann ein Schimmelpilz durchaus wachsen und da gibt es auch noch verschiedene, irgendwas um 250 verschiedene Pilzarten, Schimmelpilzarten habe ich da mal im Kopf. Also ich habe sie nicht alle im Kopf, aber diese Zahl, dass es so viele gibt, das haben wir mal betrachtet. Wenn ich eine relativ dünne Überdämmung wähle, können Sie sich vorstellen, hier drauf kommt nochmal eine Überdämmung, ich habe das Gefach ausgedämmt hier unten, mache die Luftdichtheitsehne und brauche dann auf jeden Fall nochmal eine Überdämmung. Wenn ich die relativ dünn wähle, hier waren es 35 mm, dann habe ich an 160 Tagen über 90% relative Luftfeuchtigkeit. Können Sie sich locker vorstellen, das können wir vergessen. Da werden wir mit Sicherheit Schimmelpilz bekommen, wenn wir die Überdämmung dicker machen, in diesem Fall 50-50 oder 1 zu 1 Lösung, dann haben wir nur noch an sieben Tagen über 90% Luftfeuchtigkeit und diese sieben Tage sind noch nicht mal hintereinander. Also insofern hat der Pilz gar keine Zeit überhaupt sich zu entwickeln, auch wenn ich mal kurzzeitig etwas mehr Feuchtigkeit habe. Die gesamte Konstruktion ist sehr diffusionsoffen und kommt auch wieder raus. Also da brauche ich eigentlich keinen Schimmelpilz befürchten. Demgegenüber gestellt nochmal einmal die sogenannte Sub- und Top-Variante. Das heißt, ich lege meine Dampfbremsbahn durchs Gefach am Sparren wieder hoch, andere Seite wieder runter. Habe somit schon mal den Vorteil, ich habe eine durchgehende Luftdichtheit, aber ich gehe hier natürlich einmal in den Kaltbereich rein. Da muss die Bahn sehr speziell für sein. Bei dieser Variante kriegen wir an gar keinem Tag 90% Luftfeuchtigkeit. Also die ist baufysikalisch sehr sicher. Jetzt schauen wir uns die ganzen mal an. Was ich Ihnen auf jeden Fall mit auf den Weg geben möchte innerhalb dieser Präsentation. Passen Sie auf, egal welche Konstruktion Sie nehmen. Die Bahnen, die dafür vorgesehen sind, unterscheiden sich grundlegend. Das heißt, wenn ich die Bahnen da verwechsel, habe ich ein echtes Problem. Und das zeige ich Ihnen an dieser Stelle. Nehmen wir uns erstmal die Sub- und Top-Variante raus. Also ich verlege durch das Gefach hier hoch, hier fehlt jetzt rein grafisch noch, weil es nur eine Prinzip-Skizze ist, eine Anpressleiste. Hier sehen wir sie noch nicht. Doch, eine. Da kommt der Thomas gleich noch drauf. Systematik ist folgende. Ich habe eine durchgehende Luftdichtheit, lasse aber zu, dass hier in diesem Schlitz warme Raumluft und somit feuchte Raumluft bis an die Oberkante des Sparrens gelangen kann und kühlt sich ja somit ab. Und während es sich abkühlt, warme Luft kann viel Feuchtigkeit aufnehmen, kalte Luft kann wenig Feuchtigkeit aufnehmen. Somit steigt die relative Luftfeuchtigkeit in diesen Bereich, in diesen Spalt. Das hieße, dass hier oben im Grunde genommen Kondensat entstehen könnte. Und da kommen wir zu der speziellen Bahn, die ist auch feuchtvariabel, so wie ich das eben mal kurz beschrieben habe, wobei es hier nicht um Sommer und Winter geht, sondern um die Position. Hier im Fach bleibt die Bahn bei einem SD-Wert von 2 Meter, roundabout, und nach oben hin wird sie immer offener, reagiert im Grunde genommen auf die Feuchtigkeit, die dort anliegt. Die kann in diesem oberen Bereich sehr schnell und sehr weit aufmachen. Die DASATOP zum Beispiel kann da oben einen Wert von 0,05 erreichen, das heißt einen SD-Wert von 0,05 Meter, das heißt da oben ist die Bahn genauso offen wie 5 Zentimeter Luft. Man vergleicht ja diesen SD-Wert immer mit Luft. Wenn ich hier unten sage, ich habe einen SD-Wert von 2 Meter, heißt das ein Wassermolekül, was durch die Bahn will, hat den gleichen Widerstand an der Stelle an der Bahn, wie als wenn dieses Wassermolekül durch 2 Meter Luft will. Und hier oben geht es auf 0,5 Meter runter. Das heißt hier oben wird es sehr schnell und sehr weit offen und somit kann die Feuchtigkeit dort raus, bevor sie überhaupt in irgendein Weise flüssig werden kann. Also das wichtige an dieser oder sagen wir die baufysikalisch wichtige Schicht an so einer Folie, die ist dreilagig aufgebaut, das ist die mittlere Schicht, das ist die Funktionsmembran, der ist egal, worum sie liegt. Wobei wir da schon empfehlen, das wollen, wie es eigentlich auf der Rolle ist, sonst müsste ich es nämlich noch mal umdrehen, dass die Schrift immer zum Verarbeiter ist. Egal ob sie jetzt eine Dampfbremse von innen haben, dann ist es so gedacht, dass die Schrift auf einen zu zeigt, nicht nur marketingtechnisch sinnvoll. Und hier ist es so, dass die Rückseite so ein bisschen pelzig ist, damit die sich am Hübeband. Oh, nehme ich dir zu viel schon vorweg? Oh, 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 gibt es nachher wieder Ohrlaschen. Ja, 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 es hat nicht mit warm oder kalt zu tun, es hat mit Feuchtigkeit zu tun. Also in einem normalen Bauter, wenn Sie jetzt zum Beispiel ein Dach haben, wo sie unten eine variable Bahn haben, wird im Winter die Feuchtigkeit nach außen getrieben, immer von warm nach kalt. Das heißt, die Bahn ist im trockenen Bereich. Wenn dann im Sommer von oben die Wärme kommt, wird Feuchtigkeit, wenn sie denn in der Konstruktion drin ist, nach unten gedrückt. Und dann hat der Sommer noch eine andere Eigenschaft, dass sowieso die relative Luftfeuchtigkeit recht hoch ist, also sowohl draußen als auch im Raum. Und somit, also desto höher die relative Luftfeuchtigkeit, desto offener ist die Bahn. Moment, habe ich hier eine Grafik? Ja, stimmt. Also diese Grafik ist jetzt nicht diese Bahn, wie ich gerade sagte, Sommer, Winter, Sondern in diesem Fall ist es so, dass es hier auf der Trockenseite ist. Und wenn jetzt hier Luft reinströmen würde und die Raumluftfeuchtigkeit mitnimmt, nach oben hin abkühlt, erhöht sich die relative Luftfeuchtigkeit, worauf die Bahn wieder reagiert. Also hier kann man das sehen an dieser Grafik. Wenn Sie hier die mittlere Raumfeuchtigkeit haben, 30-40%, da sind Sie hier noch im Bereich so 1,5 Meter etwa. Und wenn es jetzt auf 80-90% zugeht, dann kommen wir auf diese 0,5 runter. Also im Grunde genommen reagiert die Bahn auf Feuchtigkeit, sollte man dem Endkunden so nicht sagen. Die werden dann manchmal schon mal ein bisschen unsicher. Da sind dann aber auch schon wieder die Unterschiede. Sie können jetzt für diese Sub- und Top-Verlegung ist es sinnvoll, dass die Bahn hier extrem schnell aufmacht. Wir haben zum Beispiel auch die Intello. Die empfehlen wir für diese Sache nicht. Die geht auf 0,25 runter und da ist diese mit 0,05 deutlich diffusionsoffener da oben und reagiert vor allem schneller. Und man muss auch aufpassen, hier bewegen wir uns im Bereich Sanierung, das heißt, wir können davon ausgehen, wenn wir von oben rangehen an die Konstruktion, ist es darunter trocken. Wenn ich aber Neubau habe, dann habe ich Neubau Feuchtigkeit. Da würde ich wieder die Intello empfehlen, weil die nicht so schnell aufmacht. Die soll ja dann auch die Feuchtigkeit nicht reinlassen. Da war gerade eine Meldung. Die Deckung hier außen drauf, die Deckung spielt hier keine Rolle, weil diese ganze Konstruktion ich habe hier noch mal ein Gesamtbild die Konstruktion baut im Grunde genommen darauf also eine wichtige Voraussetzung hierbei ist, dass die Konstruktion nach oben diffusionsoffen ist. Und da spielt dann die Eindeckung eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass wir dann eine Hinterlüftung haben. Also eine Hinterlüftung brauchen wir schon. Eine was für eine Deckung? Achso, okay, Bitumen Schinde. Ja, okay. Wenn ich keine Hinterlüftung habe, ja, ist die Frage, hier sind wir im Bereich der Dachsanierung von außen, das heißt, wir nehmen die Deckung eh runter. Ob man dann nicht eine andere macht. Oder beziehungsweise erst eine Luftschicht, eine Konterlatte, dann eine Schalung und dann halt die Bitumenbahn oder die Bitumen Schindel. Für diese Konstruktion brauche ich auf jeden Fall die Diffusionsoffenheit nach außen und eine Hinterlüftung. Wenn ich von der Innenseite rangehe und habe und lasse diese Diffusionsdichte Bahn draußen, dann ist man in einem anderen Bereich Außendiffusionsdichte Konstruktion, dann sind wir wieder bei der Intello und dann müsste man gucken, kommt da Energie an. Wenn solche Sachen sind, bitte melden, da haben wir auch sehr viele in der Studie sehr viele Konstruktionen geprüft. Wenn ich jetzt keine Hinterlüftung habe und es außendiffusionsdicht, dann würde ich empfehlen, nach innen hinflächig eine Intello zum Beispiel zu machen, aber dann gehe ich die Sanierung von innen an. Wenn ich von außen daran gehe, dann müsste ich auf jeden Fall eine Hinterlüftung schaffen und wenn ich Betumenbahn machen will, dann würde ich die Hinterlüftung machen, dann eine Schalung und dann die Betumenbahn. Okay, und hier sehen wir noch einen Vorteil dieser Supp- und Top-Verlegung. Ich muss nicht unbedingt eine Überdämmung haben. Ich kann zumindest bei der DASA Top auch direkt eine Unterdeckbahn da drauf machen, das heißt, wenn ich oben keinen Platz habe für eine Überdämmung hier, dann kann hier direkt auch eine Unterdeckbahn drauf und dann kann die Konterlatte, Traglatte, Dacheindeckung kommen. Wenn ich Platz habe nach oben hin, dann ist sicherlich die flächig verlegte Variante einfacher von der Handhabe her. Und da schauen wir uns jetzt an. Und an dieser Stelle nochmal der Hinweis, achten Sie darauf, also diese Bahnen sind grundlegend anders. Wir hatten es jetzt eben mit einer Variablen Bahn zu tun und diese Bahn hier ist luftdicht, aber hochdiffusionsoffen. Die hat diese Variabilität nicht, aber die hat einen SD-Wert von 0,01 Meter. Steht hier auch bei der DASA Plano hier mit drauf, das ist der SD-Wert. Also im Grunde genommen so diffusionsoffen wie ein Zentimeter Luft und da kommen wir nochmal auf die Herstellung. Also das Ganze ist eine relativ ja gut, neu kann ich jetzt eigentlich auch nicht mehr sagen. Ich denke mal so, weiß ich nicht, zehn, zwölf Jahre wird es da schon geben, aber es ist tatsächlich eine komplett neue Methode, wie diese mittlere Membran in diesem Fall auch wieder hergestellt werden kann. Sehr diffusionsoffene Materialien hat man in Vergangenheit, also eigentlich bis heute noch, 90% aller sehr diffusionsoffenen Bahnen, also Unterdeckbahnen zum Beispiel auch, im Verfahren mikroporös oder früher mikroporforiert gemacht. Also ganz früher hat man tatsächlich mit so Stachelwalzen diese Membran nochmal drangsaliert, dass die viele kleine Löcher und Risse kriegt. Dieses hier ist eine mikroporöse Bahn, das wird etwas anders hergestellt, also ein Mittel wird aufgegeben und dann wird überdehnt in der Produktion. Insofern kriege ich viele kleine Löcher, aber da kann man sich jetzt auch vorstellen, das ist natürlich nicht luftdicht. Also so eine Bahn kann ich an dieser Stelle für diese luftdichte Schicht dort nicht brauchen. Und da ist uns entgegen gekommen, dass wir auch unsere Unterdeckbahnen schon nach diesen neuen Verfahren gemacht haben und somit habe ich einen monolithischen Aufbau, also keine Löcher drin. Da ist tatsächlich das Material diffusionsoffen. Das ist relativ neu, also 10, 12 Jahre sowas. Hat bei der Unterdeckung schon gewisse Vorteile, als dass ich bei den monolithischen eine relativ aktive, einen recht aktiven feuchtetransport habe und die monolithischen Bahnen können auch nicht so schnell verdrecken oder vereisen. Wenn Sie viele kleine Löcher haben, können Sie sich vorstellen, die können dann auch schon mal zu sein. Und wenn das Material als solches diffusionsoffen ist, dann kann da auch ruhig mal eine Dreckschicht drauf sein, die ist letzten Endes dann auch diffusionsoffen. Und dann haben wir dieses Verfahren ursprünglich für Unterdeckbahnen genutzt und somit war der Schritt dann aber auch nicht mehr weit, dass wir sie auch für diese luftdichten Bahnen verwenden können. Warum erzähle ich Ihnen das? Im Grunde genommen, dass Sie sehen, wie unterschiedlich diese Bahnen sind. Beides Sanierungsbahnen. Die eine verlege ich im Sub- und Top-Verfahren, feuchtvariabel, die andere Bahn verlege flächig, die ist aber nicht feuchtvariabel, sondern hochdiffusionsoffen, aber luftdicht. Komplett verschiedene Bahnen, also bitte nicht verwechseln. So sieht das dann in der Praxis aus. Zu den Anschlusssituationen wird nachher der Thomas Gärtner noch einiges erzählen. Ich brauche aber, was hier gut dargestellt ist, ich brauche immer eine gewisse Überdämmung. Sie erinnern sich an dieses Bild mit diesen drei verschiedenen Varianten. Ich brauche auch eine gewisse Dicke an Überdämmung. Wir haben jetzt auch hier wieder das 1 zu 1 dargestellt. Wir reden da in der Sanierung 12, 14, 16 Zentimeter Sparren. Das hieße, dass ich auch an Überdämmung, also die klassische Überdämmung für so eine Anwendung wäre die Holzfaser- Unterdeckplatte, dass ich da eine 12, 14, 16 Zentimeter dicke Unterdeckplatte noch drauf packe. Das ist dann natürlich schon ein ordentlicher Aufbau. Man kann ein wenig darunter gehen, 2 zu 1, wenn ich zum Beispiel eine gewisse Feuchtigkeitsbremse unten schon einbaue. Also es geht im Prinzip darum, wie schnell kommt Feuchtigkeit an der Bahn an. Und wenn ich da unten schon mal ein Material drin habe, was die Feuchtigkeit ausbremsen kann, weil es sorptionsfähig ist, also eine sorptionsfähige Dämmung, Holzfaser, Zellulose, Hanf, Flachs, was auch immer, dann bremse ich die Feuchtigkeit schon mal aus, somit hat die Bahn auch mehr Zeit sie durchzureichen. Also bei dieser Systematik lasse ich die Diffusion, also den flächigen Wassertransport durch die Zufläche komplett zu und verhindere aber die Konvektion. Deswegen anfangs auch dieser Vergleich Konvektion, wie viel ist das? Diffusion können wir uns durchaus leisten. Da muss man nur ein bisschen gucken, wie mache ich den Schichtaufbau. Das heißt, ich lasse die Diffusion zu und wenn ich das schon unten so ein bisschen gebremst habe, kann ich auch mit der Überdämmung etwas niedriger werden, etwas dünner werden. Das hat wiederum den Hintergrund, das was ich auf jeden Fall verhindern muss, ist an einigen Tagen im Winter, wenn eine hohe Feuchtigkeit im Innenraum ist, dass ich an der Stelle, wo die Bahn ist, keinen Frost bekomme. Das ist einfach der Hintergrund. Und wenn ich eine Konstruktion habe, wo sowieso kein Feuchtes, also es geht darum, wenn ich da einen Feuchtesstau hätte und habe Frost, dann habe ich da eine Eisschicht und die ist natürlich komplett dicht. Wenn ich aber eine Konstruktion habe, wo sowieso schon sehr unwahrscheinlich ist, dass da ein Feuchtesstau entsteht, kann ich auch mit der Überdämmung etwas dünner werden. Das ist einfach der Hintergrund. Also insofern kann ich eine Maßnahme treffen, ich mache schon mal im Gefach ein sorptionsfähiges Material oder, also hier sieht man es nochmal, ich kann auch mischen. Wenn ich mische, wäre es sinnvoll, dass ich an der Oberseite, also anliegend an der Bahn, mindestens 40 Millimeter von diesem sorptionsfähigen Dämmstoff habe. das Mischen ist natürlich so eine, ob das jetzt Sinn macht oder nicht, das ist jetzt eine andere Diskussion, also die alte Faserdämmung da drin lassen, kann auch gesundheitstechnisch ungünstig sein, aber das ist eine andere Diskussion, rein baufysikalisch würde das so funktionieren. Oder, ich gucke mir das Plattenmaterial innen an. das ist zum Beispiel auch ein Weg, wie Gutdexing geht, da gibt es dann Tabellenwerke, was habe ich für eine Beplankung innen und wenn ich eine Beplankung innen habe, die schon von sich aus sehr diffusionsbremsend ist, dann kann ich auch wiederum mit der Überdämmung wieder ein Stück runter. Also entweder mache ich diese Feuchtigkeitsbremse in Form von Dämmung im Gefach oder in Form der Beplankung innen. Das ist eine Tabelle von uns, die können Sie auch unter dieser E-Mail-Adresse auch abrufen. Da gibt es noch eine zweite Tabelle und da kann man hier schön sehen, 2 zu 1 Lösungen, wir können auch runter auf 3 zu 1, wenn ich unten eine Vollholzschalung zum Beispiel habe, also schon mal sehr diffusionsbremsendes über die Schlitze braucht man sich keine Gedanken machen, weil die Konvektion habe ich ja durch die Bahn wiederum eingedämmt. An der Stelle geht es bei der Beplankung nur noch um Diffusion, wie diffusionsbremsend ist es? Frage? Ja? Da noch ein Hinweis, also wenn die Tour rum ist, wir haben ja jetzt diese Woche noch und nächste Woche und darauf glaube ich den Dienstag, eine Veranstaltung, dann denke ich, veröffentlichen wir die auch wieder, die Vorträge, die hier, also die Theorievorträge stellen wir dann auf die Homepage, dass man sie sich da runterladen kann, nach der letzten Veranstaltung dann. Und da ist dann auch diese Internetseite nochmal drauf. Wobei, ich bin da nicht so ganz Freund von, jetzt wer weiß, wie niedrig die Überdämmung zu wählen. also wenn wir jetzt mal vom 2 zu 1 ausgehen, wenn wir ein 16er Sparren haben, kommt da halt eine 80er Unterdeckplatte drauf. Sind wir noch im völlig normalen Bereich, dann ist es baufysikalisch sicher. Wenn ich jetzt hier auf die letzte Rille fahre und dann eine 3 zu 1 Lösung rausmache, dann muss ich davon ausgehen, dass hier unten ein sehr diffusionsbremsendes Material unten drunter ist. nehmen wir jetzt mal als Beispiel so eine Holzschalung und dann mal so die geschmackliche Frage. So eine Holzschalung ist meist nicht mehr ganz so up to date, ist tatsächlich dann am Ende die Frage, bleibt die da auch drin? Wenn da einer auf die Idee kommt, die Holzschalung runterzureißen, die Nutfederschalung und macht da einen Gipskarton drunter, dann wäre ich plötzlich wieder bei der 2 zu 1 Lösung. Das heißt, meine Überdämmung müsste eigentlich schon wieder dicker sein. Also insofern bin ich eher Freund davon, zu sagen, ich mache das Ganze im Verhältnis 2 zu 1, habe ich ein 12er Sparren, reicht eine 60er Unterdeckplatte, was brauche ich beim 14er Sparren? 70er haben wir nicht, also wäre es wieder eine 80er. Eine 60er oder eine 80er Unterdeckplatte drauf, dann passt es. Das ist jetzt so meine Meinung, dass man da jetzt nicht auf die letzte Rille fahren muss, um da jetzt Höhen zu sparen. Wenn ich diese Sanierungsvariante wähle, muss ich sowieso einen gewissen Platz oben haben. Ja, insofern, es gibt noch eine weitere Variante, ich will es nur mal erwähnt haben, also der Klassiker, ich gehe noch mal einen Schritt zurück, der Klassiker hier an Überdämmung ist halt die Holzfaserunterdeckplatte, die eignet sich da sehr gut, weil sie halt dämmt und auch sehr diffusionsoffen ist und da kann ich dann halt auch relativ dünne oder schlanke Lösungen dann halt auch am Ende kriegen. Es geht auch noch anders, wenn jetzt einer unbedingt da oben auch noch eine Mineralfaser haben möchte, also eine Aufdopplung macht, eine Mineralfaser rein, dann ist allerdings der Nachteil, also ich brauche dann ja wieder eine Unterdeckbahn da oben, die hat dann irgendwo im Bereich 0,02 Meter SD-Wert, wenn wir unsere nehmen, oder diese hier 0,05, da macht es natürlich keinen Sinn, dass diese Bahn hier unten, die Luftdichtungsbahn, einen Wert von 0,01 hat, also da brauche ich dann schon wieder eine andere Bahn, da haben wir eine Bahn, die hat einen SD-Wert von 0,5, die haben wir damals mal speziell für Rockwool entwickelt, dann bin ich auch plötzlich wieder bei hohen Überdämmungen, also es geht, hat aber auch seine gewissen Nachteile, ich brauche eine spezielle Bahn und ich brauche eine relativ hohe Überdämmung, aber ich will es einfach mal erwähnt haben, dass es da auch Möglichkeiten gibt, wenn man sowohl im Gefach als auch oben drüber nochmal eine Faserdämmung vor Mineralfaser, Steinwolle, Glaswolle haben will. Ja, kurzer Überblick nochmal, wir haben die Sub- und Top-Verlegung gesehen, Riesenvorteil hierbei ist sicherlich, dass ich hier keine Überdämmung brauche, das heißt, wenn ich oben keinen Platz habe, bin ich da, wenn ich Platz für eine Überdämmung habe, haben wir gesehen, die 1 zu 1 Lösung mit einer Holzfaser Unterdeckplatte oben drauf, oder wenn wir die Überdämmung etwas schlanker halten wollen, machen wir das entweder mit einem sorptionsfähigen Dämmmaterial dazwischen, oder wir beachten zusätzlich auch die Beplankung unten, die muss aber auch dann überall da sein, also diese 1 zu 1 Lösung funktioniert auch ohne eine Beplankung unten, irgendwas wird da sein, logisch, aber damit mir das Ganze da nicht runterfällt, aber rein von der baufysikalischen Seite her brauchen wir diese Beplankung unten nicht, wenn ich sie mitberechne, kann ich oben mit der Überdämmung dünner werden, oder alternativ nehme ich hier insorptionsfähiges Material in die Zwischenspangen-Ebene und dann gibt es noch die eine Variante, wo wir oben keine Holzfaserplatte mehr haben, sondern eine Mineralwolle, aber dann bitte wieder mit einer dafür geeigneten Bahn, die unterscheidet sich dann nochmal von dieser Dasaplano 0,01 und dann brauche ich da oben ja auch wieder eine Unterdeckbahn drauf. Das ist ein grober Überriss einfach mal über verschiedene Varianten, gibt auch noch Abwandungen davon, also wenn sowas ist, das muss man sich jetzt auch alles im Detail da jetzt mit den ganzen Dämmstärken und so weiter nicht merken, da kann man im Grunde genommen auch auf uns wiederum zurückgreifen, zum Beispiel auf die Hotline, aber hier habe ich gerade noch einen Finger gesehen, der, ja, hier, also wenn ich eine gewisse Überdämmung habe, kann man auch mit der Intelli arbeiten, also sie ist ja auch feuchtvariabel, also, achso, hier rechts da, diese Aufdopplung, also sobald es Sub- und Top-Verlegung ist, empfehlen wir da die DASA-Top, weil die speziell für diesen Fall hergestellt wurde, bitte, genau, wenn da noch was drüber kommt, also in dem Fall habe ich da jetzt noch eine Aufdopplung drauf, die kann man auch seitlich dann da anbringen und dann habe ich oben nochmal eine Überdämmung, dann wird das Ganze noch sicherer natürlich, also ich habe ja die Bahn dann immer weiter im warmen Bereich, also ist es immer noch positiver dann, aber die DASA-Top kann ich auch bis in diesen äußeren Bereich führen. Da ist halt einfach der Hintergrund, die startet ja auf einem viel kleineren SD-Level wie jetzt die Intello. Einfach mal im Vergleich, diese ist halt hier bei zwei Meter und kann hier auf 0,05 und sehr schnell vor allen Dingen aufmachen. Die DASA-Top haben wir ausschließlich für diese Sache entwickelt, also die empfehlen wir auch nirgendwo anders und die Intello, die liegt im Bereich zwischen 0,25 und so 10, 12 Meter im Winter, also wenn es noch trockener wird, kann die sogar bis über 25 Meter machen, aber die reagiert dann nicht so schnell. Mit einer gewissen Überdämmung funktioniert die auch am Ende, also da haben wir schon mal, dann machen wir es eigentlich individuell, manchmal kommt schon mal die Anfrage, ja jetzt haben wir aber die Intello verwendet, da stehst sie da und in den meisten Fällen ist es dann glücklich, insofern glücklich ausgegangen, als dass eh eine Überdämmung dann noch da war, aber eigentlich Grundsatz bei Sub- und Top-Verlegung empfehlen wir ausschließlich die DASA-Top, weil die einfach, also wir sind immer der Meinung, dass wir da den höchstmöglichen Sicherheitsgrad einfach erreichen wollen, dann. Ja, ja, nehmen wir uns mal so ein Beispiel hier raus, also die PU-Hersteller müssen da einen anderen Weg gehen, also die PU ist ja sehr diffusionsdicht oder ja, sagen wir so, es gibt ja dann wiederum zwei verschiedene Arten, einmal mit der Alukaschierung und einmal ohne. Mit der Alukaschierung ist komplett dicht, ohne die Alukaschierung hat es einen Mühwert zwischen 40 und 200 etwa laut Norm. Das heißt, es ist noch diffusionsfähig. Wir haben Untersuchungen gemacht, aufgrund vieler Anfragen, dass wir hier bei der Sub- und Top-Verlegung tatsächlich auch eine Polyurethan-Dämmung zulassen können, wenn sie nicht diese Alukaschierung hat, also wenn sie noch einigermaßen diffusionsfähig ist. Also mindestens fünf Zentimeter dick, das hat den Hintergrund, ich habe ja hier auch durch die Feuchtvariabilität auch die Möglichkeit nach unten wieder raus zu trocknen. Dann nehmen wir uns eigentlich so ein bisschen diese Systematik aus der Intello auch zu Nutze, die hier auch funktioniert. Doch, doch, da kommt genug durch. Also Hitzeschutz ist ja bei denen sowieso fraglich. Also insofern, ja, aber was ich da auf keinen Fall machen darf, ist diese mit den Aluschichten. Und da ist der Hersteller von den Polyurethan-Dämmungen wieder auf einem anderen Weg. Wenn die dann diese Alukaschierung machen, bauen die eher auf diese Ein-Drittel-Regelung. Jetzt sind wir dann, dann blende ich die auch mal lieber aus. Sie kennen das ja von der normalen Dachkonstruktion. Wenn Sie nach innen hin noch eine Installationsebene machen wollen oder so, dann darf die ja bis zu einem Drittel dick sein. Damit unter der in dem Fall durchgehenden Dampfbremse noch kein Tauwasser entsteht. Und diese Ein-Drittel-Regelung machen die dann eher auf dem Wege, dass sie sagen, meine Dämmung da oben mit der Alukaschierung, die gehen ja auf einen sehr niedrigen Lambda-Wert zurück, diese Dämmwirkung der oberen Platte zwei Drittel der Gesamtkonstruktion bringen. Dann kann ich auch wieder eine Dampfbremse durchgehend machen. Mich schüttelt es dann immer so ein bisschen. So Traumwerte von Lambda 021 oder sowas, weiß ich nicht, wie lange bleibt das, wenn ich das mit Edelgasen aufgeschäumt habe. Aber da muss ich mich so ein bisschen raushalten, weil ich da auch nicht so im Thema bin. Also ich weiß nur, dass die halt mit Edelgasen aufgeschäumt werden somit auf diese Traumwerte kommen. Bis zum Labor haben sie es zumindest geschafft. Ja gut, hier kleiner Hinweis, wenn solche Konstruktionen sind, das war jetzt ja einfach mal ein grober Abriss, um einfach die Systematik zu beschreiben und vor allen Dingen, dass man nicht auf die Idee kommt, die Bahnen zu verwechseln. Wenn solche Konstruktionen sind, können sie die uns gerne reingeben. Wir machen auch schriftliche Stellungnahmen dazu, logischerweise, auch wenn so Sachen sind wie Außendiffusionsdicht oder Flachdächer mit Grün drauf und immer sehr schön im Holzbau. Also es gibt sehr aufwendige Konstruktionen, beziehungsweise baufysikalisch schon mal ein bisschen kniffligere Konstruktionen. Da haben wir sehr viel Untersuchungen gemacht. Das ist ein bisschen Eigenwerbung. Also ich bin einer von mittlerweile 15 Technikern. Wir legen auf diesen technischen Bereichen sehr großes Gewicht und da scheuen sie sich nicht, uns solche Konstruktionen reinzugeben. Lieber einmal mehr gefragt, als dass irgendwas nachher in die Hose geht. Ansonsten dieses hier kriegen sie nachher noch mit. Das ist so unsere Bibel. Da steht vieles drin, was wir hier auch gesehen haben und darüber hinaus noch einiges. Ansonsten bleibt mir an dieser Stelle schönen Dank für die Aufmerksamkeit und noch einen schönen Tag bei uns. Danke. Danke.